Welches Mädchen? Ich kenne kein Mädchen. Fuck! Jetzt zieh mich an sie her. Ich hole dir die verdammte Kniescheibe raus. Das Mädchen. Sie lebt. Sie ist Davids neues Spielzeug. Wo? In der Stadt! In der Stadt! Jetzt wirst du es mir auf der Karte zeigen. Es ist hoffentlich derselbe Punkt, auf den dein Kumpel zeigt. Mach schon! Da ist es! Er bestätigt das! Frakel doch! Na los! Ich lege nicht! Verdammte Scheiße, Mann! Er hat dir doch alles gesagt! Von mir erfährst du einen Scheißdreck! Ist schon okay. Ich glaube ihm. Nein! Nein! Mach schon auf! Na los, komm! Hör auf damit! Ich hab dich gewarnt! Ich bin infiziert! Ich bin infiziert! Wirklich? Und du auch. Genau da! Roll den Ärmel hoch! Guck's dir an! Ich mach das Spiel mal mit! Ich mach das Spiel mal mit! Was hast du noch mal gesagt? Nichts passiert ohne Grund, ja? Was zur Hölle ist das? Sie wäre längst verwandelt! Die will uns nur verarschen! Für mich sieht's verdammt echt aus! Nur verarschen! Für mich sieht's verdammt echt aus! Ah! Was ist denn bloß los mit denen? Was ist denn bloß los mit denen? Was ist denn bloß los mit denen? Mist! Beschlossen! Ich brauch ne Waffe! Meine Sachen! Wer hat geschossen? Oh, verdammt! Ich sage das schon seit Monaten. Machen wir klar, Schiff. Dann gibt's eine Stadtversammlung. Wir stimmen... Ja! Oh, oh, oh. Das war's für heute. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich werde hier drüben suchen. Such da unten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, es ist arschkalt. 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 Oh, es ist arschkalt.